und durch pusten ja muss schon genau sein pusten und blume hier nicht selber direkt anfassen durfte weil es mehr sex gewesen stimmte pustet sie so über ihren körper und so so albern naja hey ja mit pizzer und kühlschrank wachst du mir immer noch bezahlen will ich das ist gut da gar nicht zurück ist gar nicht so jetzt bist du zurück mit dauerung so schön aber krieg ich kein herzen und dann kommen wir noch mal und noch mal so blase blume ja also blume die blume die man über den körper bläst die blase ha 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 hast du das holz gestern wohl wie soll ich das machen mich nicht herunter kann vorher ja na klar jetzt müssen wir nichts mehr anbauen ist es vorbei würde ich sagen alles durch dann hat es für die nächste jahreszeit bäume fällen und so was ich glaube wir haben schon ein bisschen hart tatsächlich 4 vielleicht hart 4 ich bin raus tschüss leute viel spaß noch jetzt muss du mich allein unterhalten bitte was so es gibt nur noch mal im stream meine stimme ich verabschiede mich damit von lumi der witz war mir einfach zu flach da muss ich mal eisleine ziehen wo muss ich denn jetzt hin wollt das da wollt die mayonaise machen und so und das ist aber ich verkaufe eigentlich die gliedereier die schafft ihr aber schweinchen das herauszukriegen dann bl ca aber er ist noch im game bludel Eine richtige Entertainerin bist du aber jetzt nicht, ne? So selber entertain ist nicht, oder wat? Ich hab jetzt gewartet, bis du wieder da bist. Du hast mich irritiert. So gesagt, ich bin weg. Ja, aber warum? Ich wollte wissen, wieso. Das hast du gerade selber schon festgestellt. Aha, du hast mir erst noch zugehört. Ja, aber nur gesagt, dass ich weg bin. Ich hab nicht gesagt, dass ich dir nicht zuhöre. Ich hab auch bei mir noch geredet. Oh, schön. Danke. Das war einfach nur ein ganz normales Lachen. Ich lach halt so. Oh, das tut mir aber leid für dich. Was meinst du jetzt? Ich mach mir ein bisschen traurig, dass du sagst, ich lach böse. Ich steh auf deine Tränen. Weih weiter. Nein. Geh es mir auf den Keks, du bist böse. Böse Frau, Lumi. Siehst du mich jetzt auch? Böse Frau, Lumi. Achso. Kann ich mitleben? Ist okay. Ich bin gern böse. Oh, Harvest Ben. Ein bisschen Mitleid hab ich schon. Ich weiß gar nicht mehr warum. Achso, wegen dem bösen Lachen. Das ist auch gut, wenn jemand dazu kriegt, wenn man böse lacht, dass er mitleid mit deinem hat. Eventuell ein Uchi. Immer noch nicht, dass wir das im Zimmer nehmen, das machen wir noch irgendwann, aber nicht heute. Dafür wohnt der gute Ben viel zu weit weg. Ihr müsst ja Lumi einfach nur die Fahrtkosten donaten, dann passt das schon. Nächstes Donation-Goal, kuscheln mit Ben oder was? Ich mach auch ne Insta-Story daraus. Ne Insta-Story. Ey, sieh, ey, sieh. Und dann weiß ich, wo das hinläuft. Hä, du hast doch gesagt, wir müssen uns richtig promoten. Das war doch deine Idee. Naja, mit Trennung, aber ich muss dir fremdgehen. Ich hab das schon voll den Plan zurechtgelegt. Du gehst doch ständig fremd. Ja, ich will in der offenen Beziehung. Und du nicht? Erstmal muss ich dich quasi davon überzeugt, dass wir eine geschlossene Beziehung machen, weil ich ja so toll bin. Und danach gehst du mir fremd, weil du einfach nicht gegen deine Natur kannst. Also, so in die Richtung wollte ich das. Also, dass ich auf die offene beharre und du auf die geschlossene und wir versuchen es dann aber miteinander. Und dann kannst du aber nicht damit leben, dass ich mit anderen vögel und bist total traurig. Ne, ich will das anders aufziehen. Ne, ich will nicht fremdgehen, weil dann bin nur ich die Böse. Ja, aber du bist doch die böse Lumi. Ich will nicht die Böse sein. Du bist aber die böse Lumi. Oh, oh. Oh, oh. Oh, doch. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich will nicht allein die Böse sein. Rene, mene, du. Ich wollte schon, wenn ich dann halt sage, dass wir beide irgendwie das ausgemacht haben, aber dass das dann halt eben scheiße lief, dann, ähm. Aber du weißt doch, Männer halten immer zusammen. Also, wer wird dann wohl die Böse sein? Ja, 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 genau. Ich bin dann bei der einen Fraktion die Böse, weil ich halt mit anderen Vögel... Halli, hallo, schweif. Herzlich willkommen zurück. Und bei anderen Leuten, bei denen ich halt... Die sagen dann, ja, aber sie hat doch klar von Anfang an gesagt, dass sie das so handhaben werden, ne? Dann bin ich ja bei denen die Gute. Dann sind wir beide gut und böse zugleich. Du bist also nur bei den Frauen die Gute und bei den Männern die Böse. Cool. Okay, manche Männer werden ja vielleicht auch auf meiner Seite. Nee. Ihr müsst ja doch mit Männern fremdgehen. Die werden auf jeden Fall auf meiner Seite, verstehst du? Okay, dann hast du einen, der dich gut findet. Top. Ich hab Mehrzahl besprochen, aber gut. Okay, dann sind's... Wie viel willst du gleichzeitig fremdgehen? Jetzt mal Butter bei die Fische. Das müssen wir dann noch aushalten. So eine gute Story werden. Ab wie viel fändest du denn, dass es, dass es, dass es, ähm... Noch realistisch ist und nicht zu schlampig? Hä? Äh, fremdgehen ist immer zu schlampig, what the fuck? Ich bin ja nicht fremd. Wir machen hier eine offene Beziehung aus, mit der du nicht umgehen kannst. Aber jemand, der keine offene Beziehung will, für den ist einer schon zu schlampig. Naja, okay, dann mach ich ja nur mit einem fremd... Nicht fremd, also... Äh, wenn man schon selber fremdgehen sagt. Düdüm. Oh, das Herzblatt hab ich gar nicht gesehen. Hallo, John, mein... Du kommst so mit Herzblatt und Kram. Lass das nicht deine Frau hören, wenn wir schon beim fremdgehen sind. Herzblatt... Herzblatt-Bits oder einfach nur Herzblatt-Emotes? Weder noch Herzblatt ausgeschrieben. Achso, das ist ja langweilig. Kann ja jeder. Muss mir ja nicht immer jeder gleich Bitschen in den Hintern schieben. Also man kann mir auch so ein Herzblatt schicken. Man kann sie sich auch ins Dekolleté werfen, ist ja okay. Das ich heute nicht anhabe, aber gut. Keine Ahnung, dann auf dem Stoß. Dann habt ihr eine sehr, sehr schöne Beziehung schon. Wenn sie das nicht stört oder was? Das er meint, oh Gott, wir sind lang über die Phase, wo sowas störend für sie wäre. Also... Ja, ja, Herzblatt. ...zure Weckereien bei anderen Frauen, ja. Sagen wir mal so, wenn die Beziehung ordentlich stabil ist, ist auch ein Herzblatt in den Chat schreiben normalerweise kein großes Ding. Ja, wirklich nicht. Wenn da die Beziehung scheitert, da war doch schon was anderes im Busch. Ja. Würde ich mal behaupten. Der spinnt zum Beispiel. Nein, ich verstehe sowas nicht falsch. Alles gut. Ich weiß jetzt, dass du tief in love bist und jeden Tag ein Herzchen malst, wenn du an mich denkst. Ich hab's schon richtig verstanden, schon. So wie das jeder bei der Führer macht. Hoho, meine Kumpis. Wir haben übrigens 433 Harz. Das müsste eigentlich ein Stück weit reichen. Achso, nee, reicht nicht. Wir haben locker 300 oder 400 Samen für den, ähm... Ja, dann musst du dich vielleicht um die Samen mal mitbissen kümmern. Ich teile auch schon die ganze Zeit die Samen aus. Wieso muss ich dann da jetzt noch Dünger machen? Ich musste auch alles machen. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich hab dir so oft geholfen. Du hast mir ungefähr von 30 Tagen hast du mir fünfmal geholfen. Ich hab einfach mehr gemacht als du. Ich stehe nicht die ganze Zeit angelnd irgendwo an dem Fluss rum. Ich hab nicht angelnden Fluss rumgestanden, du undenkbares Stück. Die ganzen Zeit, die ganzen letzten drei Jahre. Du machst nichts als Angeln. Deswegen hab ich auch von Opa was bekommen, aber du nicht. So sieht's nämlich aus. Aber ich hab halt ne lange Angel. Ja, und da beißen hoffentlich ordentlich und regelmäßig die Fische rein. Ja, ne beißt mal was an. Ja, rein. Vielleicht noch was ab. Ne. Vielleicht beiß ich dir mal was ab. Ne? Tatsächlich ist das auch so, was ich hab noch wenig Frauen getroffen, die gerne Oral-Sex geben. Nicht schon wieder das Thema, das hatten wir schon. Haben wir schon? Okay, dann überspringen wir das. Das hast du, wo du mich geklippt hast? Wo du mich als Clickbait und es braucht hast und so? Ging's ja nicht um Brüste? Ne, ja, nachher das auch. Das gab's auch. Du benutzt mich ständig als Clickbait. Ständig? Ja. Ja, zweimal. Mindestens zweimal. Oh, ich hab nicht mal schmerzen. Nein, das haben wir schon die dritte oder so, die wir auf Reserve haben. Es wird zur Zeit, dass ich jetzt mein Kinderzimmer kriege und wir endlich eine Level 100 erreichen und dann Trine 2 spielen. Ja, da kann ich nämlich mehr trollen, das ist viel besser. Mhm. Da kann man so ähnlich trollen wie bei BattleBlock Theater. Ach, das wird lustig. Und es ist ein Dreier-Spiel. Ja, ich seh schon genau vor mir. Ich find das super, du nicht? Altert schon, bist du das Wahnsinns? Was ist das denn hier alles? Was denn jetzt? Äh, schon hat mir gerade 100 Euro donated. Okay. Okay, danke. Kann man mal machen. Ist das dein Ernst? Oh Gott. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin da auch so out of order. Bist du, Lumi, es trägt schon erste Früchte. Ja, nee, wow. Bist du dir sicher, dass du dich nicht um eine Null vertippt hast? Ich kann dir das wieder zurückschicken. Ihr könnt so einfach selber refunden. Ja. Ach nee, Donation geht nicht. Nee, Donation geht nicht. Was? Donation geht nicht. Donations sind unrefundable. Ja, ich glaube schon. Alter, danke schön. Oh mein Gott. Du bist so ewig nicht da und das ist das erste, was du machst, dass du schickst mir 100 Euro. Ich bin platt. Würde ich auch nehmen. Ich weiß. Dankeschön. Oh mein Gott. Jetzt musst du aber auch was bringen, Lumi. Was soll ich denn jetzt bringen? Keine Ahnung, eine Runde tanzen oder so. Ja, dabei verliere ich am Ende auch meine Hose. Ich habe keine Runde. Du hast so eine Gammelhose, die auch noch runterrutscht, wenn du stehst. Ja, das ist wirklich so. Oh Mann ey. Ich lebe gefährlich heute, aber... Heute. Okay, dann einfach danke. Danke, saukul. Sag mal, haben wir eigentlich das Rätsel gelöst um den Schreien hier in dem versteckten Wald? Äh, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ich glaube, ich habe es im Single-Player-Mode gemacht, deswegen will ich nichts dazu sagen, weil wenn du es nicht weißt, solltest du es vielleicht einfach machen oder so. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Der sagt ja immer nur irgendwie, dass man da irgendwas opfern kann. Ich will keine Ahnung was. Ah, ich müsste eine prismatische Scherbe da hinschmeißen. Äh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Was, 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 was? Ich will nichts dazu sagen. Ich würde, weil... Aber den prismatischen... Aber war das nicht wegen irgendwas ganz, ganz Süßes? Dann haben wir das schon gemacht. Haltmeister Kanoli noch immer auf der Suche nach dem süßesten Geschmack. Okay, ich habe es nicht gemacht. Ich glaube doch. Nö. Das würde ich nicht sagen, immer noch auf der Suche nach dem süßesten Geschmack, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich kann gerade nicht denken. Ich, ich, soll ich sagen, was ist das? Probier einfach mal aus. Ich würde den mit Honig probieren. Aber warum würde ich es das nicht tun? Probier einfach mal rum. Ich weiß auf jeden Fall, was rauskommt. Ich weiß nicht, ob wir es in dem Stream gemacht haben oder nicht. Ganz genau schon. Aber der, der liebe Ben möchte sich so Sachen nicht spoilern lassen und Sachen selbst rausfinden. Deswegen sage ich es ihm nicht. Das ist ja an der Stelle richtig. Dankeschön, Lumi. Ja. Bitteschön. Nett, dass du das respektierst. Ja. Immer doch. Im Gegensatz zu anderen Leuten. Äh. Und schon kündigt ein, kündigt weitere Donations an. Über 30, du machst mich, machst mich total, total, oh Gott. Also wenn Lumi bald mit einem neuen Kette um den Hals da sitzt, so aus Gold oder so, ihr wisst, wem ihr das zu verdanken habt. My Lumi und sowas. Ne, die ganz große Anschaffung ist ja echt der Bildschirm. Stimmt. Aber für 100 Euro kriegst du einen Bildschirm. Was? Für 100 Euro kriegst du einen Bildschirm. Du kriegst sogar einen neuen Bildschirm für 100 Euro. Aber das sollte schon vielleicht auch so ein halbwegs guter sein. Oder ich kriege ja eventuell sogar Johns gebrauchten Bildschirm, was ja noch dazukommt. Also ohne Witz, das ist ja nur ein Zweitbildschirm, oder um den es geht? Ne, es geht um ein Erstbildschirm. Ah, okay. Aber trotzdem. Mein Zweitbildschirm, das ist so eine alte Gurke, den habe ich an mein Motherboard angeschlossen, weil der noch gar keinen Anschluss für die Grafikkarte hat. Aber trotzdem spielst du ja nicht in mehr als 60 Bilder pro Sekunde, oder? Äh, Dota, 144 Hertz, lohnt sich das schon? Bei Dota, 144 Hertz. Ja, wurde mir von Profi-Dota-Spieler gesagt. Aber daran liegt es bei dir nicht, dass du da keine 144 Hertz hast. Ja, daran liegt es nicht, dass ich deswegen schlechter bin, weil ich keine 144 Hertz habe. Aber mir wurde gesagt, wenn ich einen neuen Bildschirm kaufe und regelmäßig gerne Dota spiele, dann sollte ich schon das Geld investieren, mir ein 144er zu können. Das ergibt keinen Sinn, weil du siehst es vielleicht ein Minimü, weil es ein bisschen smoother ist, aber es macht keinen Unterschied bei einem Spiel wie Dota. Ja, das ist viel zu langsam dafür. Äh, das halte ich jetzt wiederum für ein Gerücht. So langsam ist Dota nicht. Jedes MOBA- oder Strategiespiel ist zu langsam und in einem 144 Hertz-Büttchen zu rechtfertigen, meiner Meinung nach. Das ist nur was, weil du es selber ganz cool findest in dem Moment. Keine Ahnung, es haben mir mehrere Leute gesagt, die deutlich besser sind als ich und haben gesagt, ich soll da unbedingt drauf achten, dass es 144 sind, das war nicht nur einer. Also, und das sind auch Leute, die spielen das Spiel schon seit Jahren und dann glaube ich denen halt einfach. Ich hab's gesehen schon, ich weiß nicht ganz genau, was ich dazu sage. Also, naja, es ist halt ein Grund, dass du es mir privat schreibst. Ähm, ich freu mich auf jeden Fall für dich. Das darf ich sagen, oder? Und dann verstehe ich das auch ein bisschen besser mit der 100-Euro-Donation, aber, ähm, cool. Auf jeden Fall cool. Also, wie gesagt, mir wurde jetzt mehrfach gesagt 144 Hertz und wenn mir das irgendwie 5 Leute spielen, die deutlich krasser abgehen, die 5 Leute spielen, seit 5 Jahren spielen, dann glaube ich das halt einfach fertig. Also, das ist ja dein Geld. Ich sag mal, aber trotzdem, du weißt, wie schnell oder wie langsam du deinen Bildschirmauszeiger und so weiter bewegst und wie gesagt, die 144 Hertz machen da nicht so'n Riesenunterschied. Ich hab ja auch einen 144 Hertz Monitor, ich hab doch 60 gestellt, weil's Quatsch ist für die meisten Spiele, die ich spiele. Naja, gut. Ich hab keinen, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viel meiner hat, aber ich hab ja auch momentan an einem Fernseher, der ist garantiert da... Der hat wahrscheinlich keinen 144 Hertz. Das Einzige, wo sich 144 Hertz meiner Meinung nach lohnt, sind Spiele, wo sich entweder ein Third- oder First-Person viel schnell bewegt. Also, zum Beispiel, die meisten Shooter profitieren davon sehr. Da kannst du wirklich besser werden und mehr rausholen damit. Aber nicht bei sowas von Top-Down, find ich. Zumal du dann auch erstmal die passende Power an der Grafikkarte und Rechner haben musst, um die 144 Hertz stabil zu schaffen. Weil wenn's dann von 144 auf so 90 droppt, nervt sich das schon wieder. Weil das nämlich dann siehst. Ach, keine Ahnung. Also, das war meine Erfahrung damit. Ich hab dann versucht, damit zu streamen und das geht halt nicht. Ich krieg mit meinem Rechner halt nicht die 144 Hertz und Stream gewuppt. Und dann hab ich einfach 60 gestellt, weil's stabiler ist und runterläuft. Also, John meinte, mit dem hab ich mich zum Beispiel auch über das Thema unterhalten gehabt. Und er sagt, das ist kein, äh, du wirst besser spielen-Upgrade, aber es wäre ein spürbareres Upgrade als ein 4K-Bildschirm, über den ich tatsächlich nachgedacht hab, seiner Meinung nach. Dann überlegt, ob ich ein 4K nehme, aber da gibt's halt meistens nur mit 60 Hertz. Und dann meinte er, ich soll lieber ein 144er nehmen, anstatt ein 4K, weil's die auch mit für 2K gibt. Dem würd ich halt widersprechen. In dem Moment, wo du halt keine Shooter intensiv spielst, ist ein 4K-Bildschirm die bessere Aufrüstung als die, als der 144 Hertz-Bildschirm. Meine Meinung nach. Aber, das ist Geschmackssache, glaub ich, tatsächlich. Also, tatsächlich kann ich dir, kann ich dir besch... Wir reden ja von einem Niveau, dass ich gerade an einem Fernseher zocke, der einfach seit ungefähr 10 Jahre alt ist. Also, egal, was für ein Bildschirm ich mir kaufe, der wird ein Upgrade sein, ja. Warum ich die Hertz darunter stelle, weil ich in vielen Spielen V-Sync benutze und auf 144 hat V-Sync nicht sinnvoll funktioniert, weil ich das Problem hab, dass ich Frame-Drops hab bei OBS, wenn meine Grafikkarte zu 100% ausgelastet wird oder an die 100%-Randruhe kommt, langsam. Dann schwankt mein OBS-Frames, die gerendert werden plötzlich zwischen 20 und 40, obwohl ich CPU nicht am Limit bin, obwohl mein Rendering auf der CPU läuft. So. Das ist der Grund, warum ich meine Herzzar runtergestellt hab. Warte, ich guck mal kurz. Ich guck mal kurz raus. Ähm. Achso, ich wollte aber... Ein Dankeschön-Gamer auf jeden Fall, das kann ich anbieten. Ja, den hattest du mir mal geschickt, glaub ich, bei Steam. Der ist schick, ja. Aber ich bin nicht so der Curved-Dings, äh, Curved-Bildschirm-Typ. Soll ich dich hundertbrochen, Benga? Ich wollte eigentlich noch dazu sagen, du kannst dir ungefähr vorstellen, wenn du ein YouTube-Video auf 30 Frames anguckst und das nur auf 60 stellst. So ungefähr sieht auch der Unterschied aus zwischen 60 Hertz Bildschirm und 144 Hertz Bildschirm, gefühlt. Ich guck's mir mal an. Also so, wenn du dich sozusagen wieder an die 30 Hertz gewöhnt hast, dann nur auf 60 Stellen. So ungefähr ist der Umstieg. Aber halt nur in dem Moment, wo du umsteigst, du gewöhnst dich ja doch da dran wieder. Ach ja, für die Profi-Dothaar-Karriere und so. Aber das ist ja dein Geld, wenn am Ende... Ich wollte nur meine Meinung dazu sagen. Ja, was ist die 144er? Ich meine, die Bildschirm, die ich mir so angeguckt habe, die ich gar nicht so schlecht fand, irgendwie, die sind so um die 300 Euro-Bereich. Ja, man hat auch 250 gekostet damals. Eben, und das kriege ich... Also, seit heute kriege ich das wahrscheinlich eher in der Liefzeit nach zusammengespart. Also, ähm, ja. Geil. Lumi happy und so. Okay, und den Telekom-Vertrag und so auch noch. Achso, und bei mir kommt noch dazu, dass mein Bildschirm weder G-Sync noch Free-Sync unterstützt. Von daher ist es ein bisschen doof, wenn du dann 144 Hertz hast, die deine Grafikkarte nicht ganz schafft. Das sieht nicht so gut aus. Oh, das ist auch noch so eine Sache wie... Brauche ich denn noch irgendwann ein Grafikkarten-Update? Was für eine Grafikkarte hast du jetzt? Das ist eine sehr gute Frage, ich habe nicht die geringste Idee. Sie steht auf YouTube. Ich habe eine YouTube-Grafikkarte. Na, ich habe es da hingeschrieben, die Daten von der Grafikkarte, aber ich kenne mich doch mal so gar nicht aus. Ich kann, ich habe mich mal sehr gut ausgekannt, aber das ist sehr, sehr lange her. Und warum bist du nicht am Ball geblieben? Weil ich, also ich war mit 13, 14, war ich schon ein ganz schöner Nerd. Und da habe ich, wie gesagt, auch so Sachen gelesen. Und dann hatte ich irgendwie nur noch Freunde, die sich überhaupt nicht für Computer interessiert haben, aber so gar nicht. Und dann habe ich mich angefangen, mich für andere Sachen auch zu interessieren. Und dann ist das so ein bisschen schleifen gegangen. Ich finde es halt nur einfacher, sozusagen, immer mal so eine News nebenbei zu lesen, also sich komplett wieder neu einzulesen, was gerade aktuell sinnvoll ist und warum und wieso. Naja, für meinen Computer bin ich ja dann in den Fachhandel gegangen und habe denen gesagt, was ich möchte und was ich mit dem Ding machen will. Und dann haben die mir, ja, relativ günstig das passende besorgt. Okay. Willkommen zurück, Sam. Joa. Ne, ich bastel meine immer selber. Ja, das Witzige an der Sache ist, ich habe ja irgendwie 150 Euro für den Einbau bezahlt. Oder für den Zusammenbau. Um dann ja regelmäßig auf YouTube zu zocken und was weiß ich was. Und dann die ganzen Informatiker kennenzulernen, die alle gesagt haben, oh, ich hätte das umsonst gemacht. Ja, dankeschön. Tja, siehste, du musst halt noch was auf die Liste setzen. Du musst vorbeikommen, wenn du einen CPU-Upgrade hast und basteln den zusammen, kannst du ihn mit nach Hause nehmen. Du musst nur sich halb Deutschland kappern. Hat doch jetzt nicht mein PC bis zu dir, damit du den zusammenbauen kannst. Du kannst die Teile zu mir bestellen, ich baue den zusammen und dann kannst du ihn mitnehmen, wenn du nach Hause fährst. Das ist unglaublich lieb von dir, aber ich glaube, ich habe mittlerweile auch Informatiker in der Gegend, die das irgendwie... ...kriegen. Wahnsinnig schlechten Gewissen verkünden, dass ich die SSD-Karte, die er mir geschenkt hat, ja immer noch nicht eingebaut habe, weil ich mich nicht so ganz ran getraut habe. Es ist wie jedes andere Laufwerk. Die hat er mir einfach vor drei Monaten donated oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ewig her und sie ist immer... Ich habe gedacht, wenn ich... Das Ding ist so, wenn ich sie einbaue, dann würde ich halt auch gleich Windows nochmal neu installieren wollen auf der SSD-Karte und davor habe ich richtig Schiss, dass ich mir da mit meinem System zerhaue, weil ich habe da ein Talent für. Das Windows 7, ne? Ja, und ich lebe ja schon so ein Never-Change-A-Running-System-Ding, weißt du? Und es funktioniert ja momentan. Windows 7 hat nur ein anderes Problem von der SSD. Na? Das startet so schnell, dass es schwer ist, in einen abgesicherten Modus zu kommen. Oh, sehr schön. Halleluja, das, wo ich ja auf diversen Zeiten Dinge streamen, die... Also... Die man vielleicht nicht streamen sollte, wenn man keine Viren haben will. Illegale Sachen und so. Ne, das meinte ich nicht. Der abgesicherte Modus hilft ja auch nicht gegen Viren. Oh, scheiße, ich wollte doch gar keine Erdbeeren mehr als Samen machen. Ey, ihr bringt mich völlig durcheinander heute. Ist grauenhaft. Ne, aber das war glaube ich... Also bei Windows 7 geht es noch, weil das noch nicht ganz so hart optimiert ist, was das schnell starten angeht. Aber bei Windows 10 hat ja diesen... Ich bin gar nicht richtig runtergefahrenen Modus. Und startet deswegen noch schneller. Und da gab es natürlich, wo die ersten Vorschau-Bilds waren so schnell, dass die Leute es nicht hingekriegt haben, in der Zeit den Knopf zu drücken. In dem Zeitfenster, was vorgesehen... Also wo halt durch das Startding vorgesehen war, zu drücken. Die sind einfach... Das ist einfach wieder hochgefahren. Oh, warum kommen jetzt die grünen Viecher auf unser Land? Das ist nicht so geil. Die grünen Drachenfliegende Viecher. Die sind schon ewig da. Schon locker seit drei Streams oder so. Ich schaue das gerade zum ersten Mal. Ich finde, gut ist dagegen kämpfen. Das ist über euch. Ernsthaft. Kann auch weiter rankommen? Lass das, lass das, lass das, lass das, lass das. Nicht in mein Ohr, 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 Ohr. Warum magst du das denn nicht? Ich kann ganz nahe zu dir kommen. Ja. Weißt du, dass mir das echt sehr, sehr seltsame körperliche Gefühle in mir auslöst. Das hat mir schon ein paar Mal. Ich weiß, das ist so schlimm. Tja, vielleicht muss ich mal entscheiden, dass das gute Gefühle sind, nicht schlechter. Ganz in das Fall. Du, die es voll an Verzweifeln, die überfordert mich hier gerade mega. Mich nicht. Mir ist alles ruhig. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das ehrlich gesagt eingestellt bekommen will. Bei mir ist er super, super, super laut. Indem du einfach dein Audio vom Windows lauter machst. Ja, aber wie ist es denn mit dem Stadio Sound? Wie ist denn der? Das ist die wichtige Frage natürlich daran. Wenn der Stadio Sound auch leise ist, dann kann man das komplett lauter drehen. Richtig. Und warum ist nicht hier ein Blumenkohl? Lumi verwirrt, bist du? Warum ist ein Blumenkohl der fucking Tier-Truhe? Monster-Truhe. Oh, du hattest nicht mal einen Tag. Ich hab kein Hülschen, also hast keine Ruhe. Das ist jetzt hier. Warum ist hier Grünkohl? Also, warte mal. Boah. Ist der Stadio Sound hier mit Schwert und so? Ignoriert man den. Wenn ihr hört ihn ja eh nicht. Grünkohl. Oh, er möchte das ihm vor meinem Tag erzählen. Ich kann es aber nicht machen. Ich kann ihn nicht mal küssen. Warum kann ich ihn nicht küssen? Ich will ihn küssen. Ich will ihn. Komm her, ich will nicht küssen. Okay, da gehen wir halt ins Bett zusammen, ohne uns zu küssen. Wolltest du eh bloß poppen, hast du vorhin gesagt. Okay, also Stadio hört man gar nichts. Warum muss Novka, der einfach mal vielleicht so einmal alle Schaltjahre hier vorbeikommt, mir so was sagen und keiner von euch, die immer hier sind, sagen, es ist in der Tat, der Desktop-Sound ist fast bei Null. Sag mal was, Ben. Test, 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 was, 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 Okay, warte mal, wir machen hier noch mal lauter. Ich habe ja für Stadio extra in der eigenen Szene und sowas. Aber die Szene hat nichts mit dem Sound zu tun. Na doch, du kannst in der Szene, in jeder Szene, der einzelnen Sound einsteigen, oder? Der Sound ist übergreifend über die Szene. Was ist denn das für ne Rotze? Also zumindest bei meinem O fils. Warum hat man denn einzelne Szenen, das ist doch totaler Schwachsinn. Das ist halt für das Video. Also mein Sound ist in allen Szenen immer gleich. Wenn ich in einer Szenen den Sound verändere, ist der auch bei allen anderen verändert. Toll. Okay, also du hast da gehört. Ist jetzt Ben lauter? Reicht das so? Oder soll ich noch lauter stellen? Was ist los? Bin ich laut genug für euch? Ich muss das Noise-Gate dann entsprechend ändern. Ach so, eine Rotze. Du hast ein Noise-Gate auf deinem... Auf dem Desktop-Audio brauchst du kein Noise-Gate, weil das nicht übersteuert. Es übersteuert nicht, aber ich habe Lieder, die lauter und leiser sind. Je nachdem, wie die Song-Requests sind oder die Lieder, die ich... Ja, aber die musst du doch dann auch für dich anpassen. Ja, ich habe aber am Kopfhörer ein Rädchen, wo ich lauter und leiser drehen kann. Das passt dann schon. Aber für die Leute... Du hast ein Hardware-Rädchen am Kopfhörer? Ein lauter-Leiser-Rädchen habe ich am Kopfhörer. Die Frage ist, ob das ein Hardware-Regler ist oder ob das die Windows-Lautstärke ändert. Es ist dann nur für mich ein lauter und leiser. Aber für alle anderen ist ja immer durchgehender Sound gleich, weil ich ja ein Noise-Gate drin... ...hab. Immer noch. Ein Kompressor, Entschuldigung. Ein Kompressor war falsch. Aber auch ein Kompressor ist auf dem Desktop-Sound eigentlich nicht sinnvoll. Kann ich den irgendwie mal kurz deaktivieren? Das geht natürlich nicht. Doch. Muss einfach auf die... Moment beim Filter. Okay, dann mache ich mich ein bisschen leiser. Das ist ein Punkt. So, jetzt bin ich ein bisschen leiser. Lumi. Jetzt könnt ihr den Stream jetzt komplett lauter drehen, was? Geh auf die Filter von dem Ding und dann machst du einfach wie bei einer Videoquelle auch das Auge weg, dann ist der deaktiviert. Und dann bei ihm. So, ich rufe.